Die letzte Woche war für viele ein Augenöffner. Na, war es wirklich ein Augenöffner? Das werden wir noch sehen, aber zumindest mal hat der ein oder andere seine Augen weit aufgerissen in der Erwartungshaltung wie jetzt. Das geht auch noch. Tatsächlich waren wir ein bisschen verwöhnt worden, dass es in den letzten Monaten doch sehr nach oben gegangen ist. Und jetzt steht eben die Korrektur an, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. Das Schicke ist, das sieht ganz hübsch aus, wie es hier ist. Also hübsch im Sinne von Char-technisch sehr typisch. Also eine sehr typische Bewegung für eine Korrektur ist eine, wir sagen dazu, Zigzag-Bewegung vorne impulsiv runter, dann geht es in der Mitte korrektiv in die Gegenrichtung und anschließend nochmal ein Impuls nach unten. Ein Impuls ist typischerweise irgendwas fünffälliges. Manchmal erkennt man das fünffällig, aber auch nicht. Und dann sieht das aus wie an einem Strich gezogen und das wäre durchaus typisch. Also wir können, müssen, dürfen damit rechnen, dass so eine Art der Bewegung jetzt tatsächlich ansteht. Das Ausmaß wäre auch passend. Ihr seht, ich habe das hier so halbwegs mal hingezeichnet. Hier so die erste Bewegung, vielleicht ab sofort, da werden wir gleich im Detail nochmal drüber sprechen, mal so ein bisschen eine Korrektur, so größenordnungsmäßig hier so in die Mitte rein. Aber anschließend nochmal das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal nach unten und damit lägen wir genau in der Zielrichtung. Denn das gleiche, was für diesen Anstieg hier gilt, das gilt natürlich auch für diesen Anstieg und diese Abwärtsbewegung, nehme ich einfach hier irgendwie mitten rein. So ein bisschen 38, 20er, 50, 61, 8er. Bitte geht nicht davon aus, dass das Millimeter genau exakt sein muss. Das ist zwar relativ häufig so, weil viele dann doch drauf gucken und sagen, da liegt eine Marke, da drehe ich. Aber das ist natürlich nicht zwangsweise, dass immer exakt an diesen Marken gedreht wird. Deshalb dieser Raum hier, der typische Wenderaum, das wäre eigentlich das, was zu erwarten ist. Erst wenn es weiter, einfach weiter fällt, ohne Großkorrekturen, sodass die Zielgrößen, also aktuell, so wie ich es jetzt mal angenommen habe. Das ist aber jetzt nur eine, wirklich eine Fantasieannahme, die ich habe. So sähe es typisch aus, aber dann wäre mein Ziel hier. Aber ihr könnt euch jetzt schon mal vorstellen, stellt euch vor der Feld hier noch so ein bisschen weiter. Und dann haben wir hier die Gegenbewegung, dann ist ja das hier hinten nochmal. Und dann landen wir schon deutlich unter dieser blauen Kiste, die ich hier mal angedeutet habe. Und das heißt, wir haben, je länger dieser erste Teil wird, also er darf noch ein bisschen runtergehen, aber nicht mehr so arg viel. Denn je länger der erste Teil wird, desto länger wird hier klassischerweise auch der hintere. Und je weiter wir unterhalb dieser blauen Kiste kommen, desto realistischer werden sogar Rücksetzer, die deutlich noch tiefer gehen. Aber das ist im Moment noch völlig unausgesprochen. Also bitte da noch nicht zwingend davon ausgehen. Das hängt jetzt davon ab, wie lang diese Bewegung eben ist. Dass da also noch ein bisschen die Fortsetzung auf der Korrekturseite geht, ja, das sollte uns jetzt nicht mehr überraschen. Wir haben so häufig drüber gesprochen, wir haben über Nazi-Stops gesprochen und so weiter. Also wer das nicht jetzt schon geschlossen hat, der muss halt davon ausgehen, im bullischen Bild, dass ein Rücksetzer bis hierhin, wer es nicht so genau erkennen kann, dem sei es nochmal hier in groß gezeigt, hier 12.900, 12.800. Für mich gilt dabei eigentlich die 78,6er Fibonacci-Grenze. Das müsst ihr nicht so übernehmen, aber das ist für mich so eine typische Größe. Denn da nehmen die Wahrscheinlichkeiten, dass es dann doch noch dramatisch nach oben geht. Also schönerweise dann hier das überschreitet. Die nehmen statistisch gesehen ab. Das liegt bei 12.460. Also ihr seht schon, wenn ihr also ein Permabulle seid und sagt, ach komm, das sitze ich aus, dann werdet ihr vermutlich, um sicherlich nicht ausgestoppt oder fälschlich ausgestoppt zu werden, den Stopp hier unten liegen haben müssen. Denn erst ab dann, erst wenn er hier durchstößt, dann kann man sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr sehr realistisch. Bleibt es noch hier irgendwo bis in dieser Zone, ist so ein Bild absolut realistisch noch möglich. Wäre sogar, wenn das hier korrektiv passiert, sehr, sehr typisch. Also ihr seht, wie das Ganze in etwa aussieht. Vorläufig also erst noch mal die Abwärtsseite dran. Für mich zumindest mal das realistischste Bild. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu. Also jetzt Shorten dementsprechend. Naja, ich habe es ja eben angedeutet. Klassisch wäre jetzt eigentlich, dass wir so ein bisschen mal eine Gegenbewegung haben. Das muss jetzt nicht sofort sein, aber das, was wir hier in der Aufwärtsbewegung haben, sieht im Moment noch korrektiv aus. Auch hier gilt diese Kiste in der Mitte. Ihr könnt sie euch erahnen, wann auch immer das Ganze passiert hier, wäre die typische Kiste hier. Und wer jetzt sagt, oh klasse, dann kann ich noch mal long gehen. Naja, das ist eine Korrektivbewegung da hoch. Und Korrekturbewegungen zu handeln, ist meistens nicht so schön. Es sei denn, ihr handelt eben auf sehr kleiner Ebene und sagt euch, naja, solange es Schübe gibt, Korrektiv, also dreiwellig oder wackelig in die Gegenrichtung, dann mische ich da noch mal ein bisschen mit. Wir werden uns das gleich bei den Amerikanern nochmal angucken. Und dann werden wir sehen, wohin uns das Ganze führt. Es gibt noch eine Variante, da bin ich noch nicht so 100% sicher, ob das nicht vielleicht sogar noch ein anderes Bild ist. Und wer sich jetzt gleich wundert, der sollte weiter gucken. Denn ich kann euch sagen, an welcher Stelle ihr erkennen könnt, welches dieser beiden Bilder. Denn diese Korrektur in dieser Größe, die gab es hier noch nirgends. Das ist diese hier, die sind alle viel kleiner gewesen. Und es besteht die Möglichkeit, dass das, was wir hier im Moment haben, eigentlich sowas ist wie eine seitwärts Korrektur. Seitwärts Korrektur deshalb, weil der Punkt sogar höher ist als das. Das ist jetzt für viele kompliziert. Diese Korrektur hier, die nennt man scharfe Korrektur, weil sie stark in eine Richtung geht. Also klassischerweise wohl eine A, B, C Korrektur nach unten. Man sieht es hier nur so ein bisschen intern an diesen Kerzen. Okay, so weit, so schön. Hier wäre das ähnlich groß. Ich hatte euch das schon mal gezeigt, dass Korrekturen häufig so eine ähnliche Größe haben. Und wenn ich sehe, das ist hier vorne, dann seht ihr schon, die ist viel kleiner, die ist auch viel kleiner. Aber die ist zwar jetzt schon etwas größer, aber noch so ungefähr zumindest mal vergleichbar mit dem. Das heißt, ich sehe beim DAX noch eine gewisse Chance, dass wir vielleicht erst noch die fünfte Welle machen müssen und anschließend erst darunter gehen. Also diese Kiste wird früher oder später kommen. Allerdings, wenn der Punkt höher ist, dann müssen wir natürlich die Zeichnung von hier bis zum höchsten Punkt nochmal machen. Dann rutscht das Ganze so ein bisschen nochmal nach rechts und noch ein bisschen nach oben. Je nachdem, wie gesagt, wie lang das Ding hier entsprechend ist. So, und das ist jetzt total unbefriedigend für viele. Unbefriedigend, die dann jetzt sagen, naja, Rüdiger, jetzt sagst du, also es geht jetzt entweder runter oder es geht hoch, oder? Das ist ja nicht dein Ernst. Ja, es ist schon mein Ernst, was die Aussage angeht, aber wir können als Händler trotzdem darauf reagieren. Denn wenn diese Bewegung ist, also wir nochmal hier hochkommen, dann müsste hier eine Impulsbewegung kommen, möglichst impulsiv. Und Impulsbewegungen sind idealerweise irgendwie sowas in der Richtung, das heißt stark ohne Überschneidung oder von mir aus auch so in einem Schritt nach oben, irgendwie sowas in der Art. Das heißt, wenn alles, was jetzt hier im Nachgang kommt, also was jetzt hier kommt, schubmäßig nach oben ist und korrektiv nach unten, so lange ist die Long-Richtung immer noch die beste. Also da hat sich nichts geändert. Das ist also immer das Gleiche, was ich euch erzähle, nämlich, ob das eine kleine Korrektur oder ob das im Großen, also dieses A, B, C ist, ist immer exakt das Gleiche. Wenn diese Seite sich jetzt in den nächsten Tagen als stark erweist oder vielen Stunden oder wenigen Tagen als stark erweist und diese hier als schwach erweist, dann ist es vorläufig die Long-Seite. So, wenn er hier korrektiv nach oben geht, dann ist das ja die starke Seite, das die schwache Seite und dann sind Trigger für die Short-Seite. So könnt ihr frühzeitig das erkennen. So, und wer jetzt mault und sagt, ja, Rüdiger, das erkenne ich aber dann ja erst hier, ich will aber doch jetzt schon wissen, dem sei gesagt, ja, ich würde das auch gerne jetzt schon wissen. Jetzt kann man das aber noch nicht erkennen. Das muss erst hier ein bisschen zeigen, ob er hier korrektiv in diese mittlere Zone reinläuft oder ob er impulsiv in diese mittlere Zone reinläuft. Dann lässt sich anhand der Statistik einigermaßen ablesen, ob wahrscheinlich sowas und eine Fortsetzung eben folgt. Ich weiß, dass für viele das total unbefriedigend ist, aber wer sowas nicht mag, der ist an den Märkten nicht richtig aufgehoben. Denn die Fähigkeit eines Händlers ist nicht die Vorhersage, jetzt an so einer Stelle, ich sage euch, was als nächstes passiert. 17.30 Uhr am Mittwochabend, da oben steht er, also hier steht er. Das ist natürlich Quatsch, solche Aussagen. Aber wir können am Verlaufsverhalten des Marktes die Stimmung der Marktteilnehmer ablesen, wie sie auf die aktuellen Nachrichten reagieren und dann sagen, da machen wir entsprechend mit. So, jetzt habe ich lange über den DAX gesprochen, aber das so ein bisschen, um sich wieder einzunorden, mit was wir rechnen können oder müssen. Gucken wir uns den Dow Jones an und da sehen wir, dass es hier in dem ersten Teil sehr ähnlich ist. Das sollte uns auch nicht so sehr wundern, denn wir haben ja schon in der letzten Woche sehr häufig darüber gesprochen, dass der DAX und der Dow Jones sehr ähnlich sind. Also hier ist durchaus diese Kiste hier zu erwarten, dass wir irgendwie sowas erreichen. Und wer jetzt sagt, aber Rüdiger, die haben wir doch jetzt schon gesehen. Ja, aber bisher sieht das nicht korrektiv aus. Das heißt, wenn es jetzt korrektiv mit Kursüberschneidung oder alternativ A, B, C, so auf die Hälfte wieder hoch geht, wäre das ein Trigger für die Short-Seite. Also auch hier müsste man im Größeren noch ein bisschen warten. Im Kleinen können wir aber mal gucken, im 5-Minuten-Chart, können wir mal sehen, was wir hier bisher haben. Da haben wir hier einen Anstieg, das war die falsche Taste, hier den Anstieg, dann ging es hier ein bisschen gegen, dann hatten wir hier nochmal, dann das, dann das. Also wenn ich ehrlich bin, das sieht mir sehr korrektiv aus. Ich würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht nochmal ein bisschen weiter steigt, aber, also eben ein bisschen nur noch, aber insgesamt sieht mir diese Bewegung sehr korrektiv aus. Und ich hatte schon vor einigen Tagen mit dem einen oder anderen gesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass diese Korrektur, die jetzt hier gerade durchgeführt wird, mit dieser hier so halbwegs vergleichbar ist. Dann hätten wir nämlich wieder den Schub, ich mache es nochmal groß, dann seht ihr es besser, Schub nach unten, große Korrektur, dann hier so die kleine Schubbewegung intern, wieder die nächste große und nochmal eine Abwärtsbewegung und danach wieder eine Nummer größer die Korrektur. Und ihr seht, das ist ein typisches Verhalten, mittlere Korrekturen, kleine Korrekturen, ganz kleine Korrekturen. Das ist wieder die mittlere Korrektur und dann kommt wieder die nächste größere Korrektur. Das ist sehr häufig so zu sehen und gibt uns immer so ein bisschen eine Orientierung. Aber wem das alles so kompliziert ist, Korrektur, dreiwellig oder mit Kursüberschneidung, regelmäßigen Kursüberschneidung ist nicht die richtige Richtung. Die falsche Richtung darf ein bisschen anhalten, aber sie wird nicht die Haupttrendrichtung sein und ist immer nicht die, die ich handele, sondern ich versuche dann immer die andere Richtung zu handeln, also die sich als stark erweist. Und im Moment übergeordnet sehen wir, dass diese verschiedenen Größenordnungen, die ich euch hier eingezeichnet habe, alle nicht überschneidend sind. Das heißt, es sieht im Moment noch danach aus, als ob die Abwärtsseite die starke ist. Wann immer ihr Korrektivmuster nach oben seht, ist die Erwartungshaltung, dass wenn sie nach unten aufgelöst werden, das sind die Brüche dieser Zwischentiefs, dass es dann weiter geht in diese starke Richtung. Und immer wenn das die erste Bewegung ist, die Korrektur in diesem mittleren Bereich, dann haben wir die gleiche Größenordnung, was wir vorne haben, hinten nochmal zu erwarten. Vielleicht sogar noch mehr, aber das so als grobe Größenordnung. Beim S&P ist das nicht großartig anders, auch wenn der Anfangsteil hier komplett anders aussieht, sehr korrektiv. Da ist durchaus eine sehr realistische Chance, dass wir hier vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach unten gehen. Ich würde das hier überhaupt nicht ausschließen, dass wir hier nochmal einmal so einen richtigen Schub hier runter kriegen, vielleicht sogar das letzte Tief hier durchstoßen. Allerdings nicht heute Nachmittag, deshalb wollen wir das jetzt nicht ausarbeiten hier. Aber ihr seht, das was wir hier haben, es ist eine Aufwärtsbewegung. Wer daran zweifelt, das ist der tiefste Punkt. Hier steht er jetzt. Das ist definitiv eine Aufwärtsbewegung. Man kann auch sagen, der letzte Zwischenhochpunkt, der war, naja, ich habe es ein bisschen falsch gezeichnet, aber ungefähr da. Also es ist eine Aufwärtsbewegung. Gegenbewegungen sind das und hier, die sind überschneidend, ist also vorläufig die falsche Richtung. Es ist also eher die Abwärtsrichtung und die Chance, wenn das hier die starken Richtung nach unten ist, dass nach Korrekturen es einfach nochmal nach unten geht, ist relativ groß. Also versucht das mal ein bisschen mit diesen Augen zu sehen, wenn ihr seht, dass hier, da ist der Nasdaq nochmal zum Abschluss, wenn ihr seht, dass ihr eine Aufwärtsbewegung habt, innerhalb der Aufwärtsbewegung, die entweder dreiwellig oder von mir aus irgendwie mit vielen Überschneidungen ist. Dann sind Brüche auf der Abwärtsseite, so diese Zwischentiefmarken, klassischerweise Einstiegssignale für die stärkere Richtung. Stärkere Richtung war nach unten und dementsprechend, dass zumindest, wenn ihr keine 1 zu 1 Projektion machen könnt, das letzte Tief nochmal erreicht wird. Alles andere wäre eine abgeschnittene Fortsetzung und die sind statistisch gesehen seltener, als dass das nochmal nach unten durchstoßen wird. Wenn er also nochmal, nochmal wackelig hochkommt, dann machen wir das Spiel halt nochmal. Also das wird jetzt in den nächsten Stunden zu sehen sein, aber ich bin mir sicher, mit diesen Beispielen, die ich euch gezeichnet habe, werdet ihr das auch nun erkennen, ob die Bewegung so aussieht. Dann habt ihr den Verdacht abwärts oder ob die Bewegung so aussieht. Dann habt ihr den Verdacht aufwärts, wenn der Kurs da durchstößt. Also und in den Zwischenphasen, wo ihr sagt, Moment, habe ich keinen Verdacht. Das ist der richtige Zeitpunkt, sich zurückzulehnen, was anderes zu machen oder vielleicht einen anderen Titel oder Markt sich mal anzuschauen, der dann vielleicht interessant ist, bis der das eine oder das andere Muster wieder klar sichtbar macht. So, in diesem Sinne euch erstmal alles Gute, einen guten Wochenstart. Denkt dran, die letzte Woche vor Weihnachten, das Volumen wird langsam, aber sicher immer mehr abnehmen. Die großen Marktteilnehmer werden immer weniger aktiv dabei sein. Deshalb rechnet mit mehr erratischen, mit mehr fehlerhaften Bewegungen als vielleicht sonst. Und bereitet euch so langsam auf Weihnachten vor. Wir sehen uns morgen wieder, zumindest mal mit diesem Bericht. Euch alles Gute und liebe Grüße.